Das heißt, wir gehen in die entsprechenden Beleuchtungs-Cues. Der Ton ist soweit. Meine Damen und Herren, für Sie das Ensemble von Elisabeth und Bruno Cassini mit Milch. Wann gibt's endlich Schritt? Warum wird's uns nicht auf der Nacht? Wie umsonst, die Kammelchen so oft, umsonst, wie oft, die halbe Nacht. Jemand behüht uns, jemand betrüht uns, niemand hält uns für dumm. Wir fissen Ungern, andere Lungern, in den wahllesten Rund. Schau's, was sie wissen, wer denn ich euch bin, sag mir, die ganze Mäste nur für sie bestimmt. Für mich, die alte Kreise sind, sie brauchen sie für, was sie erfahrt. Für mich ist ein Tag, 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 ein Tag. Für mich, die Musiker, wenn die Unruhe, die Warnung, die Warnung, die Warnung, der geht. Was nützt das Klagen, man muss der Jahre, die uns in Socken führen? Einerseits von den Tronen, die uns nicht schonen, lass sie die Volksfahrt ein. Komm, 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 was sie hören, was sie Katane trägt, was sie in ihren Kampfhaaren zählt. Die Gassen kommen in die Trennung, um die Haare vorzunehmen. Die Zeit ist so kräg, und wir sind so zielig. Das war doch seltsam. Dieses Volk führt mir an. Der Land hat erlaubt, der Land hat erlaubt. Die Gäse, 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 die Gäse. Die Zeit ist da! Meine Damen und Herren, somit ist uns heute meine Vorführung hier beendet. Wir hoffen, Sie haben...